Hallo, herzlich willkommen zu unserem Video zu Bea Mombas. Bea Mombas macht etwas für Serax, was eigentlich gar nicht zu Serax passt. Serax ist ein belgischer Hersteller oder eine belgische Firma, die sich vor allen Dingen mit Geschirr auseinandersetzt. Geschirrgläser, alles was man so im Bereich Tischkultur braucht. Und es gibt ein paar Möbel und Pflanzgefäße und Taschen. Passt gar nicht eigentlich. Aber die Taschen sind so toll. Also, das sind die tollen Taschen von Bea Mombas. Diese hier ist jetzt natürlich nicht voll, deshalb steht die gerade nicht so gut. Ich umarme sie. So, die Taschen sind aus Büffelleder und uns ist aufgefallen, indem wir sie selber, ich besitze selber eine solche Tasche und mir ist aufgefallen, dass sie tragischerweise den hässlichsten Zustand bei uns im Laden hat. Weil sie durch das Benutzen dieser Tasche von Tag zu Tag schöner wird. Also, es ist ein ganz tolles Büffelleder, das einfach immer weicher wird. Und diese Tasche bekommt jede kleinste Idee von Patina, tut dieser Tasche gut. Und immer wenn man denkt, oh Gott, ist sie schön, dann wird sie plötzlich noch schöner. Weil sie noch ein bisschen weicher wird und ein bisschen knautschiger und total gemütlich ist. So, zu der Tasche kommen wir gleich. Nochmal genauer. Es gibt auch eine Mini-Handtasche, für Leute, die gar nicht so großen Top haben wollen. Und was auch echt praktisch ist, ich leg's jetzt mal hin. Was auch wirklich praktisch ist, ist so ein Miniatur-Portmail. Also, im Augenblick wird ja ohnehin gesagt, wir sollen nicht mehr so viel Bargeld zahlen, weil das also kein versorgt ist. Was übrigens auch tatsächlich wahr ist, wir arbeiten ja mit sehr viel Bargeld, weil ihr bei uns gerne auch mit Bargeld zahlt, was ihr auch jederzeit dürft. Aber ich glaube, ich habe mir noch nie so lange, so häufig und so lange die Hände gewaschen, wie seit es hier Jammern gibt. Das ist unfassbar. Also, wir waschen uns eigentlich wirklich einmal stündlich versuchen wir, uns die Hände zu waschen, weil das wirklich, wirklich eigentlich ganz schön schmutzig ist, das Geld. So, das hier ist also etwas, wo man so kleine Kärtchen rein tun kann. Führerschein, ähm, wenn ihr schon den neuen Führerschein habt, was ich noch machen muss. Ich habe noch den alten Führerschein und, ähm, also diesen Lappen, diesen, oh, Pink-Farmeln. Und, ähm, die ID, Personal, das passt da alles rein, sieht super aus, hat so einen kleinen Haken. Also, festinstalliert, nicht wirklich. Keine Haken, sondern es hat nur eine kleine Schlaufe installiert. So, das gleiche gibt es auch hier. Ich mache das hier mal auf, damit ihr auch seht, dass man es sicher umhängen kann. Das ist im besten Fall tatsächlich die kleinste Handtasche der Welt. Und sie funktioniert. Wenn ich jetzt nicht mein Handy da vorne hätte, also wenn ihr nicht gerade mein Handy wäre, mit dem dieses Video aufgezeichnet wird, könnte ich euch zeigen, dass das iPhone 11 Pro spielend hier reinfasst. Die Max-Version nicht. Aber das ganz normale 11er und 11 Pro, was ja ein bisschen kleiner ist, passt auf jeden Fall rein. Gar kein Problem. Auch wieder das schöne Büffelleder. Eine kleine Außentasche gibt es. Und auch hier ist wieder ein Haken dran. Und was noch viel, viel spannender ist, das ist bei allen größeren Sachen, gibt es hier nicht, aber hierbei, und in der großen Handtasche zeige ich euch das gleich, ist es auch, gibt es diesen Karabinerhaken. Das ist eigentlich super, super praktisch. Wenn man nämlich jetzt den Shopper noch dabei hat, kann man es im Shopper anbringen. Zeige ich euch aber gleich. Das hier ist das, womit ihr es tatsächlich diagonal tragen könnt oder einfach nur die Schulter werfen könnt. Und ich persönlich mag diagonal ein bisschen lieber, damit es nicht so rutscht. Aber so ist das eben. Wenn ihr das nicht benutzen wollt, es ist einfach nur da drum geschlauft. Also ihr könnt es auch mal abmachen. Und es dann tatsächlich so benutzen, dass ihr es zum Beispiel in den Shopper hängt als zusätzliche Handtasche. Gar kein Problem. Was ich manchmal mache, ist, diese Tasche hier mit meiner Handykette von Upbeats zu tragen. Das erzähle ich euch an einem anderen Tag, wenn ich euch Upbeats erkläre. Also das hier ist dieses Lederband. Es kommt auch so eine kleine Tasche, in der wird das dann tatsächlich, ist es verpackt, wenn ihr es kauft. So kommt das dann zu euch. Ist also auch, wenn man es verschenken möchte, eine echt schöne Sache. Sieht nämlich wirklich ganz, ganz toll und wertvoll aus. Und ich persönlich finde diese Säckchen, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißt, ein Drawstring Bag, der Tunnelzugbeutel oder so, vielleicht übersetzt, ich weiß es nicht, Drawstring Bag. Ich finde die super, super praktisch. Ich benutze die tatsächlich immer in meinen Handtaschen für alles Mögliche. Wenn ich kleine Teile habe, packe ich alles in solche Säckchen. Das heißt, ich bin immer total froh, wenn ich etwas kaufe, dass ein solches Säckchen hat. Also, das ist die kleine Mini-Handtasche. Ein tolles Teil. Also, bis jetzt haben wir den Kartenhalter und die kleine Mini-Handtasche. Ich schiebe das jetzt zur Seite. Und jetzt kommen wir zur Königin der gesamten Kollektion von VR Mommas. Es ist die große Handtasche, der große Shopper. Toll gemacht. Dieser Gurt hier oben wirkt jetzt etwas kleiner. Also, man würde es meistens immer nur, jetzt kann ich euch das so nicht zeigen, in der Hand halten oder vielleicht auch über den Arm stecken. Aber rein theoretisch passt das so nicht über die Schulter. Aber dieser Gurt ist eigentlich ein Kreis. Das heißt, wenn ihr jetzt hier dran zieht, das wird hinterher, je weicher die Tasche ist, desto einfacher wird es, könnt ihr es so durchziehen. Und dann vielleicht, wenn ihr ein bisschen sicherer sein wollt, dass es nicht so offen ist, schlauft ihr das einmal hier durch. Und dann kann man es auch schon über den Arm ziehen. Also, je weicher die Tasche wird, desto einfacher wird es, weil das hier auch weicher wird. Und dann zieht sich das richtig schön zusammen. Also, man kann sie auch über die Schulter lassen, diese Tasche. Sehr, sehr praktisch. Jetzt kommen wir zum Innenleben. Da muss ich auch nicht mehr auf den Zehnspilzen stehen. Ich nehme jetzt noch was. Also, auch diese Tasche kommt wieder in einen großen Drawstring Bag, also einen großen Tunnelzugbeutel, wie das heißt. Wird da drin verpackt, sieht super aus. Steht auch wieder drauf, VR Mommas, die Designer. So. Innen ist die Tasche eigentlich ganz, ganz einfach gehalten. Sie ist mit Balmer Canvas gefüttert, ganz fester Stoff und der ist ein bisschen hell. Das finde ich persönlich super. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ihr kauft eine schwarze oder dunkelblaue Handtasche, die selbstverständlich ein ähnlich farbiges Muster hat. Dann fällt euch auf, dass euer Handy schwarz ist, euer Portemonnaie schwarz ist, der Schlüssel auch sehr dunkel in einem dunklen Etui ist und eigentlich alles, was in dieser Tasche tut, schwarz ist. Und wenn ihr die dann aufmacht, merkt ihr, das Licht plumpft ins Schwarze und man findet gar nichts. Also, wie da hier, ich sage ja immer, in großen Handtaschen braucht man eine Beleuchtung und einen Suchhund. Also, in dieser Tasche bräuchte man das gerade theoretisch auch, aber sie ist wirklich hell gehalten. Das macht das schon mal sehr, sehr viel einfacher, weil man alles sehr viel besser findet. Schönes Canvas, wirklich eine tolle Qualität. Und dann gibt es diese kleine Pooch und jetzt sind wir wieder bei dem Haken. Also, auch hier gibt es wieder einen Haken dran. Das ist hier oben befestigt, das heißt, ihr könnt die Pooch nicht verlieren. Das ist wirklich, wirklich praktisch. Also, sie ist richtig schön befestigt, hat einen schönen Lederrand, das heißt, sie geht eigentlich am Hand nicht wirklich kaputt, weil das schön versteift ist, hat einen Reißverschluss. Und hier könnt ihr also wirklich wichtige Unterlagen unterbringen oder ihr benutzt eine Schminktasche, wie ihr gerne möchtet. Man kann sie reinigen. Leder ist jetzt so, Leder und die Waschmaschine, es gibt, da scheiden sich die Leister. Das müsst ihr für euch selber entscheiden. Natürlich kann man Kernlitz in die Waschmaschine schmeißen und so viel Leder ist nicht dran. Und wenn ihr es hier oben dann ein bisschen abmacht, dann dürfte dem das auch nicht schaden. Nehmt irgendwie einen Wohlwaschgang. So, dann gibt es hier drin, weiter unten, zwei einzelne, vielleicht kann man es so sehen, zwei einzelne kleine Taschen, in die man was reinstecken kann. Die liegen relativ weit unten, das heißt, wenn ihr hier euer Handy reinpacken wollt, dem Taschendieb ist da, also der hat da schon eine Hürde zu überwinden, weil es wirklich weit unten ist, sich da durchzukämpfen und dann was mitzunehmen, falls ihr da Sorgen habt. Aber es gibt auch noch ein weiteres Reißverschlussfach, das ist auf der anderen Seite, ich drehe es mal so rum. Das ist nicht so tief, also es ist so ähnlich wie bei Marimekko, habe ich euch bei Marimekko ja auch schon mal gesagt, dieses Seitenfach nicht ganz so tief wie alle anderen Fächer, ist wirklich praktisch, weil nicht alles nach unten durchrutscht und ihr überhaupt nicht mehr weiterfindet. Und dann gibt es, das war die Tür, die ist gerade aufgegangen, aber es hat sie jemand von außen aufgeschlossen, deshalb ist alles in Ordnung. Auch hier, wie in allen großen Sachen, habe ich ja gesagt, gibt es den Karabinerhaken, da könnt ihr noch was dran anbringen, also vielleicht euren Schlüssel, damit der eben auch nicht nach unten durchrutscht und ihr im Regen ohne Vordach vor der Haustür steht und nicht reinkommt. Alles schon kennengelernt. Wenn ihr jetzt diese Tasche benutzen wollt, ich habe ja vorhin einmal das große Band abgemacht, dann könnt ihr das auch einfach hier mit anbringen. Also da wo der Haken ist, kann man eben auch noch mehr anbringen und dann hättet ihr zum Beispiel nochmal eine Innentasche, die ihr abmachen könnt. Zum Beispiel, ihr kennt das ja vielleicht auch, wenn man ins Museum geht, immer diese Situation, entschuldigen Sie, Ihre Handtasche ist zu groß, ja gut, schließen Sie die Handtasche mit weg, na toll. Okay, was mache ich jetzt mit meinem Handy? Mein Handy würde ich eigentlich ganz gerne mitnehmen. Ja, das müssen Sie dann in der Hand halten. Ja, ist okay, muss man jetzt nicht mehr. Ihr könnt das dann einfach benutzen, dann lasst einfach nur das hier dran, dann könnt ihr es mit ins Museum nehmen und das andere wird einfach im Schließfach eingeschlossen. Sehr, sehr tolle Tasche, passt echt viel rein. Also ihr seht, ihr könnt die sogar fürs Büro benutzen. Da passt ein ganzer Ordner mit rein, gar kein Problem. Wirklich, wirklich tolles Teil. Aber auch ein tolles Teil, das tatsächlich auch einen Preis hat. Das muss man mal ganz offen sagen. Kann ich nicht verhehlen. Die ist nicht so ganz billig. 690 Euro, aber es ist eine Tasche für euer Leben. Die geht nicht kaputt. Dieses Büffelleder ist so robust. Ihr kauft da einmal was und werdet super, super lange Freude daran haben. Das ist dunkelblau, es gibt sie in schwarz, es gibt sie in Cognac und in so einem schlammigen Grünton. Könnt ihr alle bei uns im Online-Store sehen. Ein wirklich, wirklich tolles Teil. Hat so einen Blockboden. Also das heißt, wenn ja jetzt wirklich was drin ist, steht die auch. Tolle Tasche. Großartig. Die Pflege ist ziemlich einfach. Ich würde mal ab und zu, also ich mache das tatsächlich ab und zu, dass ich ab und zu, jetzt hört sich das wieder an, wenn ich so vorsichtig und ordentlich wäre, ab und zu. Ich habe es einmal gemacht bis jetzt und ich habe es schon sehr lange. Mal so Lederwachs benutzen oder so. Wirklich, ist ganz, ganz toll. Funktioniert super. Ist auch gut vernäht. Also die ist noch nicht angeschlagen oder so. Also die hält wirklich was auf. Die kleine Handtasche mit diesem Band liegt bei knapp 190 Euro. Ist auch hell mit Canvas gefuttert. Hat hier auch nochmal dieses Seitenteil innen und außen. Finde ich jetzt ein total realistischer Preis. Für ein tolles Lederbruch, das ihr sehr, sehr lieben werdet. Man braucht nicht immer alles, sondern es reicht auch manchmal nur ein Pferdchen und vielleicht noch ein Schein und das Handy und dann ist man eigentlich schon sehr, sehr gut ausgestattet. So, also das wäre das andere. Und dann hatte ich euch ja ganz am Anfang, ach ja, da war ja noch was, das kleine Kreditkartenetui gezeigt. Das wäre der Konjakton. Liegt bei 60 Euro knapp. Auch ein richtig süßes Geschenk. Ist auch so ein Männergeschenk, ne? Was man einfach mal so in die Hosentasche stecken kann. Ich glaube, wir sind raus aus dieser Zeit, in der die Männer hinten immer so eine ausgefeulte Hose hatten, weil sie da ein riesiges Portemonnaie drin hatten. Das brauchen wir heute alles gar nicht mehr. In Zeiten von Apple Pay, Google Pay und wie das alles heißt, nimmt man tatsächlich immer weniger mit. Ein echter Vorteil unserer heutigen Zeit. Knapp 60 und knapp 190. 690. Aber die ist es wirklich wert. Wir verkaufen die recht gut bei uns im Namen, obwohl sie diesen hohen Preis hat. Und die Leute, die sie gekauft haben, also das sind dann Frauen, die sie gekauft haben. Und einer hat ein Mann sie für seine Frau gekauft. Und diese Frau ist drei Tage, nachdem sie sie geschenkt gekriegt hat, das war also vier Tage, nachdem der Herr sie gekauft hatte, ist sie bei uns reingestimmt und hat gesagt, das ist wirklich eine der schönsten Handtaschen, die ich je immer am Leben gesehen habe. Und das ist die schönste, die ich habe. Und ich sehe diese Dame häufiger manchmal. Also man sieht sie manchmal auf dem Markt, man trifft sie und sie benutzt keine anderen Taschen mehr. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich eine ganz, ganz großartige Tasche. Und wenn man ehrlich ist, die großen, auch hier wieder üblichen Verdächtigen, die andere Leute dann gerne tragen, die sind deutlich teurer. Die ganzen Sachen sind nicht wirklich gebrandet, was ich persönlich sehr gut finde. Es steht innen drin, Beamombas for Seracs, hier steht es unten und hier steht es an der einen Innenseite. Also es ist nicht wirklich großartig gebrandet, aber ein großartiges Produkt. Also das war es für heute. Tschüss!